1, 2, 1, 2, Swim! Los geht's mit 1, 2, 3! Wir benötigen zwei Spieler. Wenn ihr bereit seid, nehmt jeder einen Joy-Con. Okay, bereit? Hast du die Vibration gespürt? Wenn ja, dann stell dich nach rechts. So ist es richtig. Hast du die Vibration gespürt? Wenn ja, dann schon. Super! Viel Spaß! 1, 2, Swim! 1, 2, Swim! Box-Champion Box-Champion Willkommen! Haltet genügend Abstand, damit ihr euch nicht wirklich gegenseitig schlagt. Zeigt als erstes, wie eure Gerade aussieht. Los geht's! Steht euch gegenüber und versucht schneller als euer Gegner zu schlagen. Los! Uppercut! Uppercut! Gerade! Haken! Gerade! Uppercut! Haken! Uppercut! Gerade! Gerade! Uppercut! Gerade! Uppercut! Schnelle Schläge! Nicht aufhören! Bot, bot, bot! In einem echten Kampf hätte das so ausgesehen. Appercut! Gerade! Gerade! Appercut! Appercut! Gerade! Gerade! Appercut! Gerade! Appercut! Schnelle Schläge! Hey, du! In dir steckt ein echter Champion. Box Champion! Willkommen! Haltet genügend Abstand, damit ihr euch nicht wirklich gegenseitig schlagt. Zeigt als erstes, wie eure Gerade aussieht. Los geht's! Steht euch gegenüber und versucht schneller als euer Gegner zu schlagen. Los! Gerade! Appercut! Haken! Gerade! Haken! Appercut! Gerade! Haken! Gerade! Appercut! Appercut! Haken! Gerade! Appercut! Gerade! Appercut! Schnelle Schläge! Nicht aufhören! Box! 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 In einem echten Kampf hätte das so ausgesehen. Appercut! Haken! Gerade! Haken! Gerade! Haken! Gerade! Appercut! 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 Gerade! Appercut! Gerade! Appercut! Schnelle Schläge! Hey, du! In dir steckt ein echter Champion. 1, 2, Switch! Tanzfieber! Tanzfieber! Fühlt den Beat und tanzt so ausgelassen ihr könnt. Und wenn die Musik aussetzt, stehen bleiben. Sorgt für ausreichend Platz zum Abtanzen. Steht euch gegenüber und haltet den Joy-Con vor euch. Steht euch gegenüber und macht euch zum Tanzen bereit. 1, 2, 1, 2, 3, 4, tanzt! Stopp! 1, 2, 3, 4, tanzt! Stopp! 1, 2, 3, 4, tanzt! 1, 2, 3, 4, tanzt! So ausgelassen ihr könnt. Und wenn die Musik aussetzt, stehen bleiben. Sorgt für ausreichend Platz zum Abtanzen. Steht euch gegenüber und haltet den Joy-Con vor euch. Steht euch gegenüber und macht euch zum Tanzen bereit. 1, 2, 1, 2, 3, 4, tanzt! Stopp! 1, 2, 3, 4, tanzt! Stopp! 1, 2, 3, 4, tanzt! Stopp! Das war's! Das war grandios! Das war grandios! Tanzfieber! 1, 2, switch! Torquenknallerei! Torquenknallerei! Schüttle vorsichtig den... Der linke... Der linke Joy-Con... Schüttle vorsichtig den rechten Joy-Con... Los! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja! Chinat! Ja! 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 C'mon! Ja! 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 Ha! Ha! Ja! Dankeschön! Tolle Show! Luftgitarre! Hey! Folgt dem Rhythmus und rockt ab! Achtet auf eure Umgebung! Dann mal los! Schüttelt den Joy-Con! Auf geht's! Seht zu den Fans! Lasst rocken! Eins, zwei, drei, yeah! Rock ab! Ja! 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 Dankeschön! Ja! 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 Halt! 1, 2, switch! Gorilla! 1, 2, switch! 1, 2, switch! Nicht aufhören! Lass mal die Gorilla hören! 1, 2, switch! Am Apparat! Am Apparat! 1, 2, switch! 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 2, switch! 2, switch! 1, 2, switch! 1, 2, switch! Untertitelung des ZDF, 2020 Ausgezeichnet Kugelschätzen Neigt den Joy-Con langsam von links nach rechts, um die Bewegung der Kugeln im Inneren zu fühlen. Wie viele Kugeln befinden sich wohl in der Kiste? Mit Hilfe des Control-Sticks könnt ihr einen Tipp abgeben. Legt euren Joy-Con ab, wenn ihr eure Schätzung abgegeben habt. Fertig Der linke Spieler hat gewonnen. Perfekt Schatzkiste Matrosen, haltet den Joy-Con waagerecht und drückt den Knopf. Drei, zwei, eins, start! Drei, zwei, eins, start! End Nicht schlecht, Matrose! Revolverhelden Revolverhelden Steht euch gegenüber. Achtung! Fertig! Feuer! Bravo! Gut gemacht! Revolverhelden 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 Das war zu früh. Das war zu früh. Nochmal und du bist raus. Haltet die Revolver so, dass der Lauf auf den Boden zeigt. Das war zu früh. Das kannst du besser. Das kannst du besser. Wettrasur. Wer seine Bartrasur als erstes beendet, gewinnt den Wettstreit. Drückt deinen Knopf und macht euch bereit. Bewegt den Joy-Con sanft über euer Gesicht. 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 Die Zeit ist um. Ah, das fühlt sich wundervoll an. Ich bin nur der Dreh zum Ruhigen. Ich bin nur der Drehung. Die Zeit ist um die Drehung. Untertitelung des ZDF, 2020